In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Durchblutung ganz leicht und einfach während Sie schlafen verbessern können oder während Sie spazieren gehen. Und zwar hier einmal mit der Schlafauflage von Bio-Relax durch die kleinen Felder oder durch eine Einlagesohle zum Beispiel. Und ich möchte zu Beginn einmal ganz transparent und ehrlich sagen, das ist kein gesponsertes Video. Ich bekomme kein Geld für das Video. Allerdings ist es so, wenn Sie meinen Rabattcode und Effiliate-Link unterhalb der Videobeschreibung nutzen sollten, dann ist es so, dass ich dafür eine kleine Provision erhalte. Und Sie erhalten 5% Rabatt auf die verschiedenen Produkte und ich finde das persönlich sehr fair. Und ich möchte auch einmal sagen, auf meinem Kanal stelle ich normalerweise nie Produkte vor, obwohl ich jede Woche x Anfragen erhalte. Aber ich lehne das alles ab, weil die meisten Schrott sind. Und dieses Produkt stelle ich jetzt vor, die kleinste Felder-Technologie, einfach weil die Technologie wirklich extrem gut ist und mich sehr stark überzeugt und sehr, sehr vielen Menschen helfen kann. Und deswegen möchte ich Ihnen das gerne vorstellen. Und dann geht es auch schon direkt los mit dem Video. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt mit den kleinsten Feldern und warum kann das Ihre Durchblutung verbessern? Und zwar ist das eine Magnetfeld-Technologie und dabei wird das Magnetfeld der Erde nachgeahmt. Wichtig dabei ist, hierbei wird kein Strom oder Elektrizität verwendet. Das heißt, es ist keine Erdungsmatte. Und das Ganze beruht letztendlich auf physikalischen Gesetzen, weil dabei die Pole ständig im Wechsel sind. Und das sorgt dafür, dass die Kapillaren besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. Und dadurch ist es letztendlich so, dass Ihr Körper auch nachhaltig gesünder ist, weil einfach viele Menschen heutzutage Nährstoffmangel haben. Das liegt nicht immer nur an einer schlechten Nahrungsversorgung, sondern unter anderem auch an einer schlechten Durchblutung. Und hierbei kann Ihnen die Matte sehr gut helfen. Gleichzeitig ist es so, dass die Abfallstoffe wie Toxine als auch Kohlenstoffdioxid schneller von Ihrem Körper abtransportiert werden, sie schneller entgiften und dadurch sind sie letztendlich deutlich erholter und Ihr Körper funktioniert halt einfach im Prinzip deutlich, deutlich besser. Wichtig ist auch, dass es Ihre ATP-Produktion dadurch deutlich steigert und zwar durch die verbesserte Sauerstoffzufuhr. Und ATP brauchen Sie letztendlich bei jeder einzelnen Bewegung in Ihrem Körper. Das heißt, Sie brauchen ständig ATP. Aber es ist auch so, beispielsweise für die Gehirnfunktion benötigen Sie die ganze Zeit ATP. Sie benötigen auch ATP beispielsweise für Reparaturprozesse im Körper, die die ganze Zeit passieren. Und durch die verbesserte Sauerstoffzufuhr ist es so, dass Sie mehr ATP im Körper produzieren können. Und dadurch haben Sie letztendlich deutlich mehr Energie. Denn für jede einzelne Bewegung, wie gesagt, benötigen Sie ATP. Und wenn Sie mehr ATP in der Zelle haben, haben Sie auch deutlich mehr Energie. Und dadurch sind Sie deutlich energiegelander. Und wenn Sie unter Müdigkeit leiden und so weiter, kann das eine deutliche Verbesserung Ihrer Lebensqualität auf jeden Fall darstellen. Aber was ist die Ursache für eine schlechte Durchblutung? Dass Sie auf einmal kalte Finger haben, Schmerzen in den Fingern oder an den Füßen, kribbeln etc. Und es gibt dafür zahlreiche Ursachen, wie beispielsweise Bewegungsmangel oder auch beispielsweise Übergewicht. zahlreiche Erkrankungen, wie Diabetes, Bluthochdruck, aber auch beispielsweise ein ganz wichtiger Punkt ist der natürliche Alterungsprozess. Weil dadurch die Elastizität in den Kapillaren, in den Gefäßen immer mehr sich verengt. Und dadurch genau die Symptome auftreten, die ich Ihnen eben genannt habe. Und dabei können Sie die kleinen Felder sehr dabei helfen. Wichtig ist auch, dass chronischer Stress dazu führt, dass die Gefäße sich immer weiter verengen und genau die Symptome dabei auftreten. Einfach weil dadurch Hormone ansteigen von Cortisol und Adrenalin. Und die sorgen genau dafür, dass die Gefäße sich verengen. Und ganz viele Menschen in der Großstadt, vor allem und da leben ja heutzutage die meisten Menschen, die haben ganz ganz hohen chronischen Stress. Viele merken es einfach sogar noch gar nicht, weil es nicht so hoch ist, dass sie jetzt gleich einen Burnout bekommen. Aber ganz viele Menschen merkt man, dass sie sehr, sehr gestresst sind und sehr unruhig, eine sehr hohe innere Anspannung haben. Und das ist ein Riesenproblem für die Durchblutung. Und dabei können Ihnen auch die kleinen Felder helfen. Aber gibt es irgendwelche Bedenken zum Thema Durchblutungsverbesserung, zum Thema der Technologie, der kleinen Felder, um ihre Durchblutung zu verbessern. Und Gott sei Dank, ich kann Ihnen sagen, die zahlreichen Studien, die es gibt, zeigen deutlich, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Und das kann ich hier sagen, das ist ein medizinisch getestetes Produkt, was sehr hohen Anforderungen entspricht in Deutschland. Ist auch ein deutsches Produkt. Und dementsprechend kann ich Ihnen sagen, es hat keine Nebenwirkungen. Das Einzige, wofür Menschen vielleicht noch Bedenken haben, dass es Elektrosmog durchaus erzeugen kann. Allerdings erzeugt es es nicht durch die Magnetfeldtechnologie. Einfach, weil es nicht durch Elektrizität funktioniert und ohne Strom. Und dadurch haben sie das Problem schon direkt aus der Welt geschafft. Aber wie hat sich das Ganze auf meinen Körper ausgewirkt mit der kleinen Felder-Technologie? Und zwar habe ich das gemerkt, dass meine Finger als auch mein ganzer Körper sehr sich erwärmt hat. Und das hat sich sehr angenehm angefühlt. Was auch ein klares Zeichen dafür ist, dass die Durchblutung sich verbessert hat. Und ich habe auch am nächsten Tag gemerkt, dass ich noch energiegeladener durch den Tag gehen konnte. Und dadurch einfach den normalen Alltag deutlich besser nochmal bewältigen konnte. Und ja, das war erstmal natürlich sehr positiv. Gleichzeitig gibt es viele Erfahrungsberichte, die sagen, dass es ihnen hilft. Bei Neuropathie beispielsweise. Natürlich zum Thema Durchblutung. Auch allgemein bei Krampfadern, Besenreißern etc. Es gibt auch Profisportler, die sagen, die nutzen die kleinen Schiff-Helder-Technologie speziell für ihren Sport. Extra als Ergänzung quasi als im Prinzip Lifehack, dass sie einfach noch leistungsfähiger sind. Weil es einfach die ATP-Produktion erhöht und die Menschen dadurch einfach mehr Energie haben. Und so gibt es einfach unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, warum die kleine Schiff-Helder-Technologie Sinn macht. In diesem Video habe ich speziell zum Thema Durchblutung gesprochen, weil es da zahlreiche Studien zu gibt. Es gibt auch zu anderen Themen zahlreiche Studien, wo ich noch auf ein anderes Mal drauf näher eingehen möchte. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie das gerne einmal unten in die Kommentare rein. Ich werde auch nochmal die Studien und alles weitere unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn Sie noch mehr Informationen haben möchten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie gerne einen Daumen nach oben. Teilen Sie das Video gerne mit Ihren Freunden und Bekannten, wenn Sie Ihnen damit helfen möchten. Ich möchte mich zum Schluss einmal bedanken für meine Kanalmitglieder, die meinen Kanal mit einem kleinen finanziellen Beitrag jeden Monat unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Und zum Schluss möchte ich allen alles Gute für Ihre Gesundheit wünschen und maximale Zufriedenheit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.